Hallo liebe Leute, willkommen zu einer weiteren SE3-Together-Folge. Dies hier wird die letzte Folge der Koop-Kampagne werden. Und zwar sind wir mittlerweile in Kapitel 8. Und ja, also das Ende ist so, naja, aber egal. Der Jens ist auf jeden Fall auch wieder mit dabei. Also, viel Spaß, eure Lissi. Hallo! Hallihallo! So, da wären wir wieder, ne? Letzte Mission. Genau, wir sind im letzten Kapitel. Mal gucken, was hier so abgeht, ne? Da unten ist schon eine. Darf ich? Komm! Ab. So, ich guck jetzt gerade mal auf die Karte hier. Ah, okay, wir müssen da irgendwo lang. Wir sind auf jeden Fall in Panester und wir müssen ein paar Pläne finden. Ja. Ja, wie gesagt, lauf du, ich lauf dir hinterher und ich würde sagen, wir machen das so wie in der letzten Mission. Genau. Wir ballern hier einfach über den Haufen. Ach, guck mal, wie das hier aussieht. Ich stehe nach links! Mann, ich wollte gerade in die Wüste gucken, da kommt so ein Penner hier. Boah. Tut mir leid, also... Ich wollte ja nicht Penner... äh, äh... Egal. Ich wollte es nicht beleidigen werden, aber... Ich darf nur... Ich wollte gerade mal in die... in die Wüste gucken. Guck mal, wie das hier aussieht. Guck doch mal. Dieser schöne Ausflug. Sieht doch super aus. Oh, Mann. Ohne, die blendet so. Naja. Herrlich. Herrlich. Genug gesperrt. Ja. Toll. Ich habe mir das Spiel auch nur gekauft wegen der Sonne. Genau. Nur wegen der Wüste. Mhm. Okay. Hoch hier. Und wieder runter. So. Hm. Keine Wüge, ne? Guck mal, ob du eventuell... Wollte ich gerade sagen, guck doch mal mit dem Fernglas, ob du was siehst. Weil das sieht mir hier... Und da unten ist einer. Weil das sieht mir nämlich alles hier so leer aus. Ja. Wir könnten doch bestimmt ein paar Camper sein, oder? Ich habe jetzt einen weggeknallt. Ist mir egal. Ähm. Sonst keiner? Keiner mehr da? Doch, da muss auf jeden Fall was sein. Wo laufen wir eigentlich hin? Sieht aus wie so eine Raketenbasis, wa? Das würde ich jetzt so machen. Ja, das könnte ich mal sagen. Naja, wir müssen auf jeden Fall hier... Oh. Oh. Ich hab' hier gerade einen Krügersputz. Oh, dann hab' ich gerade mal den Arsch geschlagen. Ey du kleiner... Oh. Okay. Du hast ihn. Ich wollte auf jeden Fall die Nösterner mitnehmen. auf der anderen Seite wäre noch eins sie kommen ja auch sogar rüber warte mal, ich muss den, ich kleide den erstmal ab hier weil ich will hier auf jeden Fall die ganzen Nester mitnehmen halt, halt, halt ja ich muss da rüber laufen, sonst falle ich hier nachher noch runter ich hab die gerade mal weggeknallt dann sind aber noch einige soll ich warten hier oder soll ich auch rüber kommen nee, du kannst auch rüber kommen ich will da jetzt ein Pronto kommen ich will das Redest dazu ich will das Redest dazu um die Uhr besetzt ist Doppelschicht für alle sieht gut aus warte, wo ist denn jetzt das Nest hier, das ist genau vor uns hier komme oh, da sind noch ein paar Gegner, ja hab damit überhaupt nichts getroffen und dann halt das Gewehr ja warte, ich nehme das Sniper und dann so, hab ich den unten, hab ich mach mal hier oben das Nest frei ich will trotzdem, mach weiter ui, auf der anderen Seite, da sind so einige da bleiben wir am besten mal hier liegen, ne ja warte, da hab ich den Visier ok bam ah ne, da gibt's immer noch komisch, die halten zwei Schüsse aus ja gut, wir sind aber am Endlevel, ne ist ja klar, ne dass sie hier etwas mehr haben das sind jetzt so Mutanten ja klar, das sind die Endgegner die, die halten immer zwei Schüsse aus äh, wo ist denn das nächste wir müssen wieder auf die andere Seite ok obwohl, doch, wir müssen auf die andere Seite ich komme hier runter warte, 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 warte was hat er denn hier ah da kannst du ab, wir runter springen ja hier ist die Brücke mhm da hinten, da sind aber auch noch welche ey was steht denn hier ab? da steckt nicht mehr Lungentreffer stehe ich denn hier ab? stehe ich denn hier gerade im Weg? ne, ne lassen sie erst mal rum weil ich hier auf der Brücke verweilen liege, ich liege ähm, das ist auch nicht so toll ne 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 weiter da bloß hier weg na gut, die nächsten wären eh erst da hinten also können wir hier einfach weiter gehen das kann man gar nicht kaputt machen ne ui b sollt ihr den da unten hab ich hmm ne open nimmer noch einiges weiss nicht von e perspective twitter ok die Aber ich hab da mal draufgeknallt, jetzt ist nichts passiert. Mh, hab ich gerade auch gemerkt. Mh. So, unten könnten wir auf jeden Fall noch was kaputt machen. Da war zum Beispiel auch was auf die Karte wegen den Nestern. Ja, da wären wir beinahe dann vorbeigelaufen. Aber die sind ja hier in der Nähe. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ich glaube, wir müssen hier runter. Ja, warte. Ui, Gegner, Gegner, Gegner. Ich mach den da hinten. Boah, was ist denn das hier? Ach, okay. Hier auf der Brücke. Okay. Ich geh dann mal hier runter. Ja, hab ich. Sauber. Ist auf jeden Fall keiner. Ach, da oben ist noch ein Nest. Das, das haben wir übersehen. Mein Gewehr ist kaputt. Es sind so viele, ne? Ja, da oben sind auch ein paar. Na, komm, raus mit dir, komm. Tu deinen Kopf raus. Boah, Beinbecken knallt. Brücke, Brücke, Brücke. Mh. Okay, haben. Aber jetzt haut er ab. Na, ich mach mal kurz das Nest hier irgendwo, klar. Wenn das hier irgendwo ist. Ich mach mal hier, irgendwie so ein bisschen. Ja, wo ist denn das? Wie kommt man denn da hin? Um die Gegner auf der Brücke. Ich glaube, von da unten. Noch ein Transformator. Aber lange war ich auch nicht mehr. Ja, wo ist dieses Nest, ey? Der ist tot. War das denn bei dir, oder? Das muss doch anders sein. Ähm, ja, warte mal. Guck mal, auf der Karte. Nein, das eine Nest, ich hab das frei gemacht, das hier. Ah, okay. Aber hier wird noch eins angezeigt. Mal gucken, ob das hier irgendwo... Muss doch hier irgendwo sein. Guck mal, hier auf die Karte. Siehst du? Ja, ich seh das, ich seh das. Genau, das wird hier irgendwo angezeigt, aber... Ich war ja eben... Das ist natürlich noch weiter. Ja, aber wo denn noch weiter oben? Ja, da müssen wir auf jeden Fall mal hin, ne? Ach, hier, oder? Guck mal, nee, das bringt aber nicht. Ich glaub, da... Ich geh noch weiter oben. Ja, dann gehen wir halt zurück, ne? Dann gehen wir hier hoch. Ja, warte, warte, hier hin. Oder du kannst die Gegner abklagen, ich geh das mal suchen, ne? Ich würde das auf jeden Fall gerne mitnehmen. Was denn jetzt? Also, mir wird ja hier noch zwei angezeigt, ne? Ja, irgendwie über uns, oder? Keine Ahnung. Aber hier kommt man dann noch irgendwo hin, ne? So, ich geh erst mal auch hoch. Guck mal kurz hier auf die Brücke und guck mal kurz. Ja, schön, da hast du... Hast du was kaputt gemacht? Nee. Ja, dann sehen die, dass die hier rumschießen. Blache kaputt machen. Hm. Von hier aus sieht man auch kein Nest. Über uns ist nix. Das alles zu. Vielleicht ist es auch wieder nur ein Back oder sowas. Ach, Mann. Also, da oben, da scheint ja wirklich nichts zu sein. Und gut, dann nimm mal halt hier weiter, ne? Über die Brücke, ne? Ah, da muss aber wirklich nur was sein. Ja, da ist es unter uns, warte mal. Guck mal, ich guck mal von hier. Da, auf jeden Fall, wo du bist, da musst du ja nicht hin. Wir müssen ja jetzt hier unten hin. Wieso? Äh. Ja. Ah, hey, guck mal hin. Ah, okay. Ja, kommt man da weiter oder ist da eine Sackgasse? Na, hier ist die Sackgasse, aber wir können ja hier über die Brücke rennen. Und dann kommst du ja da drüben hin, wo wir die weggesnipert haben. Auf jeden Fall, da hinten müssen wir hin. Mhm. Ja, dann gehen wir mal hier drüber. Mhm. Der lebt doch. Da sind noch ein paar. Okay. Abgehen ein. Ja. Soll ich suche die hier mal. Ich prob mal, ob der Brücke sind auch noch weg. Hey, sind nur einige. Ich würd sagen, die gehen mal irgendwo, äh, in Deckung oder so, ne? Warte, jetzt mal. Ja. Ja. Wollte wohl, wenn wir was aufzunehmen. Wollte wohl, wenn wir zusammenbleiben, oder so? Von unten, ne? Boah, du schiebte. Moment. Ah, du hast ihn aber getroffen, ja. Wo sind die denn jetzt da? Die sind auf jeden Fall genug. Mhm. Ach, den einen. Ach, den anderen. Mach mal mal den da oben weg. Den da ist fast tot. Ich glaub, ich lass ihn jetzt einmal treffen. Ja, da kommen wir gar nicht rein. Warte. Doch. Hä? Doch. Muss wir hier haben. Hm. Ein paar Pläne. Nee. Ah, hier. Doch, da. Plan. Pläne. Oh, wir haben einen gefunden. Wow. Wow. Dann gehen wir doch einfach mal weiter. Mhm. Ah. Eine Sammelkarte, okay. Unser Berg ist nahezu vollbracht. Ah, ich hab irgendwie das Gefühl, dass wir jetzt... Da ist einer. Ja. Ich glaub, wir kriegen einen Hau gleich. Mhm. Ach, daneben. Warte mal. Kommen wir hier irgendwie rein? Kommt jetzt... Da kommt jetzt auf die Brücke. Ah, warte, ich muss das kaputt machen. Warte mal. Warte, ich mach das mal kaputt. Wow, okay. Eine hab ich... Okay, WD. Ich lass mich das kaputt gemacht. Äh, das Ding da. Ja, genau. Das Ding da, okay. Diesen Generator. Okay, das hat nichts gebracht, aber... Oh, dreifach Kill. Geil. Ich standen alle drei hintereinander. Nur ein Glück. Ja, kommt der. Dann, kommt. Bam. Und... Kommt da keiner mehr? Ja, wirklich. Oh, da kommt noch einer. Die klappt da runter. So. Jetzt kommt aber keiner mehr, die drei. Ich würd sagen, jetzt müssen wir da hoch, ne? Mhm. Geh ich da mal hoch? Ja, warte mal. Äh, gucken, was hier unten noch liegt. Kann ja sein, dass da oben jetzt irgendwie was passiert oder so. Ich wollte noch gucken, äh... Hier sind auf jeden Fall hier, ist auf jeden Fall ein weiteres Teil. Okay. Ja, dann lass das mal kurz. Äh, obwohl hier liegt eh nichts mehr, oder? Da unten ist noch ein Raum, ja? Warte mal, gucken, was hier gibt. Hier ist ein Plan. Ja, ich sammle das hier oben mal schnell rein. Ja, ich hab einen Plan eingesammelt. Sprengladung platzieren, okay. Warte mal. Oh, wir haben uns alle gesehen. Hast du was platziert hier jetzt, oder? Ja, ja. Okay. Jetzt müssen wir abbauen, ne? Äh... Wir kommen alle hier hoch jetzt. Achso, ja. Ich mein, du könntest ja auch hier in einem Baum bleiben. Ja, ne, wir müssen aber... Äh... Abbauen, ne? Oder? Keine Ahnung. Abbauen. Das ist bloß nur auf dem Hufall, oder anders? Dankeschön. Vorrücken, nur kurze Spurz! Ich muss irgendwo hier sein! Ich hab schon hierher, wenn's was hat der. Hm. Okay, ach, wir müssen hier. In den... Rauchzug. Der Wüstengeist höchstpersönlich. Der Wüstengeist, aha. Der Mann, der im Alleingang durch Halfaya gezogen ist. Könnte Rommel sein. Ich bin auf Sieber gestohlen. Und mit einem Tiger in Kasserin duelliert hat. Und unsere Versorgungslinien unterbraten hat. Das ist der Endkick, ne? Ich bin wunderschön. Sieht so aus, ne? Ja, der könnte auf jeden Fall böse sein. Mhm. Wir sind beide Soldaten. Wir sind Kriegsarbeiter. Wir lieben unsere Arbeit. Wir haben nichts gemeinsam. Okay, weg hier. In den Untergrund. Noch tiefer. Okay. Oh. Oh. Äh, okay. Okay. Ist alles dunkel hier, ne? Ah, okay. Es ist dunkel. Feinde! Sollen wir die... Sollen wir die Abklärung verlieren, ne? Ne, ne? Jetzt sind wir nicht hier. Ich würde sagen, wir warten. Erst mal gucken, wo wir hier überhaupt mit hinkommen sind. Ja, da unten sind auf jeden Fall ein paar Gegner, ne? Ich glaub. Ich hab da schon ein paar gesehen. Platziere. Okay. Boah, ist hier ein Stück. Hm, Pistole? So. Oh, das ist so langweilig mit der Pistole. Okay, die haben uns gesehen. Ja, wir können... Oh. Ab ihn. Uhu. Ja, komm. Dann sagen wir, wir müssen etwas aufpassen. Dann platzieren wir das da. Platziere. Gibt die Deckung? Ab ihn. Jo. Und ab zur Nä... Äh, gehen wir jetzt? Hier lang, ne? Ja, geradeaus. Ich glaub da jetzt schnell mal hin. Ja, die haben uns aber gesehen. Ja, ja. Ich zieh mich dann... Danach müssen wir uns jetzt mal zurückziehen. So, da kommen so viele Hebs. Dann gehen wir die Kappe hoch. Okay. Guck mal, hier geht's weiter. Wir sind da noch weiter hoch. Und da hinten ist ein Pfeiler. Da renn ich mal hin. Okay. Dann rennen wir gemeinsam. Wir sind da von überall. Boah, das war aber keine Wutte. Ich dachte, du, 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 du. Kriegst du das? Nee, deshalb dachte ich ja, dass du mir den Arsch frei hältst. Ja, komm, wir rennen weiter. Ja, dann würde ich sagen... Oh, war das klappt. Oh, war das klappt. Wo bist du? Ich bin tot. Ich bin gerade ausgelaufen. Wo bist du? Landgelaufen. Zurück. Ich geh jetzt zurück. Oh, das wird aber jetzt eng. Okay, hab einen umgebracht. Ja. Hast du noch viel Leben? Oh, das ist viel. Äh, nee, jetzt fliege ich auch. Dankeschön. Ich würde sagen, krabbeln. Die Hände irgendwie erst mal. Wie bleiben wir jetzt mal hier? Nee, die kommt zu uns. Okay, okay, wir müssen es mitgehen. Ich glaube, jetzt nur. Oh, Gott, eine Wut. Genau, irgendwie, wir müssen da auf jeden Fall da hoch. Ja, das ist eine gute Idee hier oben, obwohl. Warte, ich mach das. Halt mit dem Rücken frei. Ja, was ist denn, wenn wir danach ganz woanders hin müssen? Dann haben wir hier noch so viele Gegner. Oh, was geht denn hier ab? Sieht doch gut aus. Ja, ist denn jetzt bestimmt ein. Komm. Komm. Oh. Nein. Hacke. Ich würde sagen, jetzt wollen wir erst mal weg. Ja, ich bin tot. Hallo? Bist du? Hier. Ja. Mach mal. Ich lauf mal da irgendwo hin, dann geh mal da in Deckung irgendwo. Ja. Ja, gut, hier ist wenig Deckung. Hier. Müssen wir da hoch, ne? Oh, ich liege, ich liege, ich liege. Kein Problem. Ja, wir müssen mal so, dass wir uns hier irgendwie aufhalten. Wir müssen jetzt erst mal platt machen. Danke. Den hatten wir auch irgendwie zu. Oh. Hinten ist nur einer drauf. Den hab ich auch hier. Ah, okay. Müssen wir mal gucken, wo hier welche sind. Da unten hat Anna zu sein. Oh, ich liege, 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 ich liege. Da ist noch irgendwo ein Camper, ja? Mit deinem Hinter. Ja, das hat der da auch schon einfach mal platt gemacht. Mit Nachladen. Was ist der denn da? Da. Da ist einer hochgelaufen, kann ich nicht sein. Kopfschuss. Keine Ahnung. Wir müssen jetzt eh wieder runter und dann die Treppe hoch und dann da rein. In das Fahrzeug, ne? In den, in den Riesentank da, ne? Auf jeden Fall sind hier so viele. Den hab ich. Ich würd sagen, wir gehen jetzt weiter hier lang, ne? Ach, da sind die alle, okay. Und den? Also gut, den hast du, okay. Ich würd sagen, wir gehen mal hier runter. Ganz langsam. Frage ist, wo bist du denn? Hier, neben dir. Oh, oh, da ist ein Fahrzeug, kann das sein? Auf jeden Fall, da müssen wir herein. Nein, da unten steht ein Fahrzeug. Feinfahrzeug. Warte mal, hier. Hier. Habt ihr es markiert? Wir müssen aber trotzdem hier runter bei mir und dann, äh, oh, da ist einer hochgekommen. Kacke. Kriegst du den? Ja, aber bin tot. Ne, ne. Ja, warte, ich komm, ich komm, ich komm. Der ist wieder abgehauen. Wenn er jetzt hochkommt, dann, äh... Feige, sauber. Ja. Ah, das Fahrzeug, ja, sehe ich auch gerade. Was ist das denn für ein Fahrzeug? Ein normales. Das wie immer. Okay. Ja, dann würd ich sagen, machen wir den nicht erst mal platt, oder? Erst mal ein bisschen entspannt. Oh, ich bin fast tot. Ich muss zurück. Ja, dann bleib hier oben erstmal. Ah, okay. War aber von kurzer Dauer. Das Fahrzeug, das Fahrzeug, das. Okay. So. Und sagen, wir laufen jetzt runter und dann die andere Treppe wieder hoch. Oh, da unten ist aber so viel los. Ja, aber da wird mir irgendwie nur eine angezeigt. Wir müssen auf jeden Fall hier runter, komm. Wo, wo, wo? Hier. Und dann die Treppe hoch, dann sind wir da. Wie ist denn jetzt runtergegangen? Ach, da, okay. Warte mal, äh, hier hoch? Ja. Äh. Warte mal, wie kommt man hier? Meine Munition ist knapp. Hier ist kein Weg, das heißt, äh, ich glaube, wir müssen noch eins höher. Muss da eine, eine Leiter hoch oder so? Ne, man kommt ja irgendwie nicht, die Leiter hoch, ja. Hier. In den Ofen. Ich brauche erst mal Munition, das ist viel wichtiger. Ja, wenn wir hier drin sind, können wir doch, äh, damit alles platt machen, oder? Ich hoffe. Oder können wir hier rein? Ich habe keine Ahnung, was das Ding für ein Sinn ist. Ach, ne, wir müssen eine Ladung platzieren. Ich dachte, wie können wir jetzt mit dem Teil alles wegknallen? Ja, mach mal. Flieh aus dem Hangar. Zurück. Nimm die Beine in die Hand und lauf. Hahaha. Boah. Ich lauf einfach. Oh, ich lauf. Ich lauf. Ich lauf. Oh, sauber. Huch. Oh, Hilfe. Ja. Mann, die Nerven. Ey, ich hab gedacht, wie können wir das mit dem Teil alles abkleinen, weißt du? Es sah so aus, als ob die da rein können, weißt du? Der Dach ist ja auch irgendwie. Ich wurde befördert. Ich wurde auch befördert. Juhu. Oh, da ist einer, da ist einer, da ist einer. Ja, da waren noch zwei, weißt du? Ich hab's nicht gedacht. Ey, ich brauche Munition. Hm, ich hab's ja... Hier. Wo? Hier, bei mir. Na, da war nur Medipack, oder? Ne, doch, auch Muni, ja. Da hat Munition immer noch knapp. Da oben ist wieder ein Nest, ja? Aber gut, wir müssen ja eh dahin, also von daher. Ja, dann... Guck mal kurz, ob die Karte... Hm, okay. Ich hab bestimmt auch Munition, ne? Ja, ja, ja. Warte, ich muss mal kurz hier... Verband benutzen. So. Bling! Ich hab alle Nester gefunden. Schön. Hm. Guck mal, da oben da ist, wird was angezeigt. Müssen wir da drauf schießen? Ja, ich würd sagen, ja. Dann nehmen wir uns, wird's... Okay. Okay, das eine ist weg, da fehlt nur noch das andere. Ja, man, das fällt doch so jetzt runter, oder? Guck dir das an. Ui, ja. Oh, den müssen wir aber auch nach oben bringen, oder? Oder geht der jetzt drauf? Gleich, gleich, ja. Mal gucken. Na, das macht er aber gut, oder? Oh, ich glaub, wir müssen den jetzt verfolgen, oder? Mal gucken. Haha. Wir sind uns ähnlich. Sie und ich. Ach, da haben wir ihn ja. Das war's wirklich. Mal gucken, ob wir den jetzt noch umbringen müssen, oder was? Das macht er wohl selbst. Oh ja. Na, das war's. Ach so, die Ratte war die ganze Zeit der Riesentank. Okay. Mhm. Ja, die sterben müssen. Zeig mir, einen neuen Auftrag zu suchen. Bling. Jawohl, ja. Das war's. Genau. Das war's dann erst mal mit dem Together, ne? Ja, ging mir auch flott. Genau. Ja, da. Ja, da. Ja, da. Ja, da. Vielen Dank.